Guten Tag Leute, hier spricht euer Peter Gaming. So Leute, und wir suchen immer noch weiter, wir suchen die Nummer 1, wir müssen mal gucken, wie wir die Nummer 1 irgendwie rauslocken kriegen, wir müssen die irgendwie locken, die Nummer 1 irgendwie, müssen wir die Nummer 1 kriegen, irgendwie. Mit Missionen, Aufgablos, irgendwie müssen wir, irgendwie müssen wir es schaffen, dass die Nummer 1, es kommen, dass sie zu uns kommen, Leute. Weil sonst wird's halt, müssen wir halt, es wäre halt gut gewesen, wenn man die, wenn man die, wenn man die, oder Leute, wenn man es seltener finden, Leute, wie z.B. da, wenn man sie seltener finden, sonst seltener, und dann vielleicht mal angreifen, Leute. Weil wir müssen eh in die Richtung. Da reitet er eh in die Richtung, Leute. Und an der die Fassade könnten wir ja versuchen, ihn irgendwie zu kriegen, ob er... Aber da ist halt so schnell, Leute. Jetzt, jetzt plötzlich reiten wir schneller, Leute. Okay, wir hätten fast mehr Kriege. Äh? Ja, es passt eigentlich wirklich. Ah, okay. Dann vielleicht ganz anders, dann wollen wir eh in Kriege. Das war irgendein Film. So...? Oh... ... ... ... dass man irgendwie versuchen den hrp zu den servicern nummer 1 zu bekommen das ist unser ziel zurzeit die nummer 1 und paar missionen aufzumachen das ist unser ziel die nummer 1 zu holen vielleicht noch so missionen halt zu schaffen und die nummer 1 vielleicht frei zu kriegen das ist unser ziel der aufnahme sind und hat wenn es geht noch ein paar aufgaben noch ein paar söldner oder hat wie es passt und hat fragezeichen noch mit abarbeiten aber mit von fassen die nummer 1 wahrscheinlich die nächsten zwei zwei ausnahmesession leute werden wir es machen und versuchen wenn es dann nicht funktioniert werden wir vermuten dann im dlc anfangen die nächsten zwei folgen nichts passiert was ist geschehen ich habe heute echte kostbarkeiten gefunden einen wahren schatz ich muss sie meiner schwester bringen um sie auf dem markt zu verkaufen aber leider lauern ruchlose banditen den besuchern der stadt auf und ich soll jeden einzelnen der banditen töten ja so ist es sie alle müssen sterben verlass dich auf mich ich stehe in deiner schuld ich komme wieder wenn ich alles erledigt habe so zu sagen dass man jetzt wir müssen irgendwie versuchen die nummer eins in den nächsten zwei aufnahme session zu kriegen leute und wenn wir das dann haben leute wäre halt gut wenn es nicht leute dann würde ich sagen fahr mal das dlc an und dann gucken wir ob man nach dem dlc vielleicht es dann hinging den solchen die nummer eins die erste rang einzumachen oh äh ich verstehe wie gesagt leute wir hätten den einen wir hätten den ersten card wir hätten den nicht erleben ihre dürfe leute und weil wir jetzt haben wir das problem mit den söldner äh dass wir die söldner nicht finden mehr vorsichtig niemand darf mich sehen ich hoffe du hast deinen hau 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 durch das wo man ja auch nicht die titel leider und das ist jetzt leider das problem leider das problem was wir so karten haben ok man die zahlen ok du warst doch irgendeine mission wo wir noch karten aber ich bin mir doch noch nicht so sicher irgendwas warten wo war irgendein woher man noch so das ist der ding ne sprich mit ne ne beschafft ein haiz zahlen ok leute müssen jetzt nur noch ein haiz zahlen fielen leute wir müssen jetzt noch ein haiz zahlen fielen das wäre jetzt ok jetzt wäre halt noch ein haiz zahlen müssen wir jetzt finden aber wo könnten wir jetzt ein hailer sein dann könnte man die quest eigentlich auch noch ewig abschließen leute das war gute arbeit hier das ist für dich ich mache keine halben sachen lassen wir jetzt mal gucken leute ob ob da jetzt ein stank so zu sache ob da irgendwie ein hai und vielleicht gibst du irgendwo ein hai oder so so und dann braucht man nur noch ein haiz zahlen leute und dann wäre es vielleicht gut wenn ein hailer finden den haiz zahlen noch zu kriegen das wäre dann ach nichts schlecht für ein haiz zahlen noch zu finden leute vielleicht finden wir hier irgendwo ein hai vielleicht finden wir hier noch ein hai wo man da noch ein das ist mal hier vielleicht ein hai noch finden und dann ein haiz zahlen finden leute weil die quest haben wir ja auch schon zau ewig wollen die quest die quest suchen wir ja auch schon ewig leute hier ist ein hai oh hier sind jetzt zwei haie oh ne ok leute ok leute da sind jetzt die haie ok nun haben wir jetzt die haie das heißt wir könnten jetzt versuchen die haie zu eliminieren leute da könnte man versuchen wir brauchen nur ein haiz zahlen leute wenn wir ein haie zahlen noch kriegen wenn wir hier zwei haie sind könnte man versuchen die quest auch fertig zu kriegen nun und dann könnte man die quest auch noch abschließen und dann könnte man die quest auch noch abschließen ja ok ja ok wir wissen jetzt ernst da drin sind haie das heißt wir können die haie jetzt eliminieren das wäre halt jetzt gut wenn man jetzt irgendwo ein sch äh den kriegen ok das heißt wir müssen jetzt ein bisschen raus schnell aber aber wir kriegen da einen wir haben einen wir haben zwei haie möglich das heißt wir könnten da die quest machen leute und dann müssen wir schauen wir an nachdem wir die haie möglich das ist das ist das ist das ist das ist das ist Okay, Leute, wir können das speichern. Okay, wir können das speichern, das heißt, wir haben einen kleinen Vorteil. So, Leute, jetzt gehen wir ab kurz hoch. Machen uns noch kurz, äh, slashen wir uns noch kurz. Und gehen wieder runter. Wir haben einen Hämmer jetzt weniger. Eilen Häusern brauchen wir nur, Leute. Oh, Alter, warum haben wir hier keinen Heizsahn, Leute? Alter, wir brauchen nur einen Heizsahn. Warum finden wir keinen Heizsahn? Mann, das ist so blöd. Dass wir keinen Heizsahn finden, Leute. Das ist halt schade, dass wir bis jetzt noch keinen Heizsahn gefunden haben. Wir müssen einen Heizsahn finden. Das ist jetzt die große Frage. Wo könnten wir eigentlich... Das ist jetzt die große Frage, Leute. Wo könnten wir uns an so einen... Weil die Quest ist ja hier, Leute. Da ist ja die Quest, die wir dafür brauchen. Aber wir brauchen jetzt nur noch... Das ist jetzt zu überlegen. Wo finden wir... Wo finden wir jetzt noch einen Heizsahn? Warte mal, gucken wir mal bei einem Schmied, Leute. Vielleicht hat ein Schmied irgendwie handelt, weil es muss ja irgendwann auch mal zahlen, dass ein Schmied irgendwo ein Händlachmodium hat. Ein Hai. Das ist das Problem, was es halt ein bisschen nervig macht. Dass man halt keinen Hai suchen. Das ist so nervig. Das ist halt ein bisschen... Das ist halt ein bisschen nervig. Dass man halt keinen... Wir müssen halt gucken, dass... Das hat ein Schmied kein Händl. Das ist das. Wo könnten wir noch hin? Dann gucken wir mal. Vielleicht gibt es irgendwas noch Gutes zu kaufen beim Schmied. Weil dann müssen irgendwie... Es rauskommen. Dann müssen irgendwie noch einen Heizsahn kriegen. Es wäre halt cool irgendwie... Es wäre halt cool irgendwie... Wenn man... Es sind zwei Haie... Es sind zwei Haie... Es sind zwei Haie... Und dann haben wir keinen Zahn bekommen. Und wir haben keinen Zahn bekommen. Jetzt müssen wir mal gucken... Wo man... Irgendwo... Irgendwo... Müssen wir jetzt... Wir müssen jetzt noch einen Zahn... Und wenn man halt noch Leute finden... Söldner finden... Wisst ihr was man dann mit den Söldnern natürlich wieder macht? Ich versuche irgendwie Informationen zu bekommen für die Nummer 1 und das ist alles wichtig für die Nummer 1, Leute. Oder wir müssen vielleicht wirklich komplett aufgelevelt sein, komplett voll sein. Es könnte auch schlecht sein, dass wir uns einfach komplett die ganzen Dinge haben müssen und dann halt nichts. Und wir müssen halt ein, wir brauchen ein Hai noch finden. Wir brauchen noch ein Hai. Wir müssen noch ein Hai, noch ein Hai brauchen wir noch. Aber wie viel, wie das ist das Problem? Wie viel finden wir noch einen Hai, Leute? Wir haben ja, wir waren ja wieder bei Hai, aber... Wir sind ja keine Hai. Das ist nervig, Leute. Dass hier keine Hai sind. Nein, der Mann... Hai sind... Stimmt, Leute. Manchmal hätten wir die... Manchmal hätten wir die Hand das Kuh ja nicht immer abgeben dürfen. Jetzt haben wir das Problem mit... Aber hier müssen noch mal sehr viele Hai sein, Leute. Aber hier sind einfach keine Hai. Wir haben ja auch noch ein Kuh, oder? Wir haben ja noch zwei Kuh. Wir haben ja noch zwei Kuh. Aber die waren... Aber die waren aber nur Fleisch Kuh. Das ist das Problem. Wir haben ja nur Fleisch Kuh. Die haben nur Fleisch Kuh. Wir müssen echt jetzt nur gucken, ob wir noch irgendwo rumreißen können. Um vielleicht noch ein Hai zu fehlen. Weil dann könnte man die Quest auch noch abschließen. Das wäre halt schön, finde ich. Aber das sind halt wieder die Suche rein. Wo ist ein Hai? Sagen. Normalerweise müssen wir dann im Fischerdorf. Dann... Aber wir machen jetzt mal laufen... Laufen so ein bisschen am Strand. Und fast... Und versuchen... paar Kilometer weiter da mal hinzukommen. Ein paar Kilometer weiter da mal hinzukommen. Ja... Vielleicht irgendwie... Da mal... In eine Bucht reinzukommen. Und dort zu tauchen. Einfach mal hoffen, dass noch ein... Das Irrchen, wo sich noch... Das Irrchen, wo sich noch... Das Irrchen, wo sich noch... Ein Hai sich einfach mal... Einfach mal... Aber es sieht halt nicht danach aus. Das Irrchen, wo sich noch ein Hai rumschliebt... Es sieht nicht danach aus. Es sieht nicht danach aus. Als Irrchen, wo hier ein Hai rumschliebt... Leute... Oh, Mann... Lass mal einfach keinen Hai-Film mehr an... Wir händen... Ich weiß gar nicht... Wir händen glaube ich nur Hai... Aber wir händen... Wir händen die Sache cut... Leute... Aber das Problem ist... Wir händen die ich mal verkaufe... Und jetzt bereut man es ein bisschen... Weil das man es verkauft hat... Leute... Jetzt bereut man es ein bisschen... Dass man die Verlore händen... Leute... Okay Leute... Machen wir ernst... Uh... Was ist denn los? Ah... Es ist ein Lager von... Dass man jetzt... Noch die Rest... Die Rest... Die Rest die man noch machen können... Noch machen können... Gucken... Ob man noch ein paar Quests... Vielleicht noch was Söldners... Äh... Fienen... Und so... Schau... Vielleicht fehlen wir ja noch ein paar... So... Und dass man halt noch... Irgend... Irgendwas noch fehlen sollte... Vielleicht fehlen wir ja noch... Dass man so halt was fehlen... Vielleicht kann es das sein... Dass man irgendwie ins Zahn findet... Aber Leute... Den Zahn... Und die Philosophin... Werden wir erst beim nächsten Mal weitermachen... Somit sagt wieder... Euer Peter Gaming... Tschüss... Bis dann... Und PG... Base Day...